Ich darf Ihnen die Kämpfer vorstellen, in der roten Ecke aus Las Vegas in den USA, 1,92 Meter groß, er ist 36 Jahre alt, wiegt 119,2 Kilogramm, 28 Kämpfe, 19 Siege, davon 18 durch K.O. Sis Zellif, die blaue Ecke aus Hamburg, 1,95 Meter groß, 27 Jahre alt, 113,3 Kilogramm, 21 Kämpfe, 16 Siege, 12 durch K.O. Goran Djodjic, der Kringrichter dieses 8-Runden-Kampfes, Frank Michael Maas aus Launau. Ganz interessanter Kampf jetzt im Schwergewicht zwischen Sisze Zellif aus Las Vegas und Goran Djodjic, der von Starttrainer Fritz Dunek betreut wird. Dieser Zellif, seine ganz schöne Kante, der über eine enorme Schlagkraft verfügt. 19 Kämpfe hat er gewonnen von 28, 18 davon durch K.O. Da steckt was dahinter, hinter diesen Fäusten und im Training hat er den deutschen Ex-Meister internationalen, Petro Carion, schwer ausgenockt. Und geht hier auch gleich ganz beherzt zur Sache. Also, Kokic ist vorgewarnt. Ja, war nicht ganz so sauber, die rechte aber. 119,2 Kilo hat er gebracht auf die Waage. Zellif, 113,3 Kilo, Goran Gogic. Zellif, 113,3 Kilo, Goran Gogic. Zellif, 119,3 Kilo, 113,4 Kilo. Na, Kokic sehr schnell auf den Beinen. Das war auch notwendig gegen einen solchen Puncher wie Sisze Zellif. Dort ist Las Vegas, das stammt aus Mali. Er verlor sieben Kämpfe, einen davon allerdings nur durch K.O. und das gegen Ray Austin, der jüngst von Wladimir Klitschko, klar und eindeutig verprügelt wurde. Ist allerdings schon einige Jährchen her. Zalib ist nicht gerade ein Bewegungstalent, das sieht man, er verletzt sich hier ganz auf die Härte seiner Schläge. Viel unsaubere Schläge dabei, Ringrichter Frank Michael Maas. Geht da mal kurz dazwischen, soll ich drücken. Und Ende dieser Runde, mit auch dünnen Vorteilen, vielleicht wegen des besseren Starts für C.C. Zalib. 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 Bereitet Salisor seine Probleme. Die sehr guten Leute über die Roten, hat aber gegen sie verloren. Devis Bostic, Alexander Powetkin, der hat gegen Bostic gewonnen. Devi Thua musste mit dieser Salif über die Runde gehen. Henry Akinwander, Damon Wills, neuer Nachwuchsmann in Amerika. Amerikaner suchen ja verzweifelt wieder einen guten Schwergewichtler. Die Szene wird von Osteuropäern, speziell aus Russland, beherrscht. Maskev, Litschko. Naja, natürlich schwere Kaliber, aber das hat gar gut. Gute Kovic ganz gut im Griff hier. Aber man muss natürlich höllisch aufpassen. Ein Schlag kann so einen Kampf hier ganz schnell beenden. Zweite Runde geht an Kovic. 5네. 03 놓рийte Celine Lips. 7 primera PLA precede Paris. 1. Starts mit trade sagte variations … 5ksen Rattern 12 Fr. 4 1 und 8 Menschen mit leadership! Be Explosive. Don't try to kill him. Ring rein zur dritten Runde Round 3.